Herzlich Willkommen zum Vorbericht des Spiels des SC Paderborn gegen den Karlsruher SC am ersten Spieltag. Die letzten vier Begegnungen verlaufen, zwei Unentschieden, einmal verloren und einmal gewonnen aus Sicht des Karlsruher SC. Wie weit sind die beiden Stadions auseinander? Die Stadions sind 4 Stunden und 10 Minuten. Wer lieber mit dem Zug fährt, braucht 4 Stunden und 35 Minuten und 405 Kilometer auseinander. Wo spielte Paderborn in den letzten 10 Jahren? 6 Jahre in der 2. Bundesliga, 2 Jahre in der 3. Bundesliga und 2 Jahre in der 1. Bundesliga. Was hat Paderborn alles gewonnen? Neunmal Landespokal, Sieger Westfalen. Tabellenplatz, da es sich um den ersten Spieltag handelt, können wir zum Tabellenplatz nichts sagen. Wie sind die letzten beiden Spiele am letzten Spieltag der letzten Saison ausgegangen? Paderborn verlor gegen Darmstadt mit 0 zu 3. Der KSC unterlag Heidenheim mit 0 zu 2. Unser Tipp, ein 3 zu 1 für den KSC. Noch andere Videos, wenn ihr Lust habt, sie anzuschauen, tut es.